Musik Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Musik Man steht fest, diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, come on. Geh. Geh. Come here! Let's do it! Let's do it again! Let's do it again! I'm not going to be like a dick! Oh. 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 Yeah. Oh. Ihr Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht bei den Anstand auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind ein Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegenverstanden. Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen. Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen. Ich nehme keine Befehle. Kaspar Los, ihr Bastarde! Raus! Schichtwechsel! Wir sind spät dran! Genau eine Minute hat's. Dann müssen wir aber los! Nach rechts! Hey, du da! Komm schon! Vorwärts! Du faule Drecksaube, weg dich! Verdammt! Ich zeig's dir, du faule Sau! Los! Du bist ja nicht zum Faulenzen! Raus! Schnell vorwärts! Oh, ich zeig's dir, du! Komm schon! Vorwärts! Aufstehen! Vorwärts! Hey, du! Wann schätet? Vorwärts! Glaubst du, du kannst hier vorwärts? Nach links, kommt schon! Du Drecksau! Los, los, los! Los! Stahl. Stein. Beton. Meilenweit. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feil. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind? Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein und ich verspreche allein. Los, los, los! Dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. Dort sieht's schlecht aus. Du hast wohl sicherer ungewerkt, auf dem Dach weiterzugehen. Achtung, wir fahren mit dem Zähnen aufs Leben. Und da reichen aus, bis hier ist die Geistreform. Wir fahren mit der Fläche jetzt. Ich muss auf. Wir fahren mit dem Zähnen aufs Leben. Wir fahren mit dem Zähnen aufs Leben. Wir fahren mit dem Zähnen aufs Leben. Freund, wir fahren mit dem Zähnen aufh不会affilia. Weg auf mal zum Ein Büchern. Geh auf! 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 Du bist tot. 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 Die Spülung geht jedenfalls noch. Die Spülung geht jedenfalls noch. Die Spülung geht jedenfalls noch. Ich habe seit Monaten kein Bett mehr gesehen. Scheiße, lassen Sie mich nur eine Minute schlafen. Wecken Sie mich, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, ja? Oder so? Oh, scheiße. Ich habe gehört, dass Sie nach dem Ordner zum Bruder kommen. Projekt Flüsterton suchen. Er ist nicht hier. Offensichtlich. Sind Sie zauber? Bin beschäftigt. Hauen Sie ab. Blöd, Mann. Geht ihr? Dann können Sie mich auch mal. Ich habe die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, der sich in der Gefühle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schlaf, Kindlein, schlaf Untertitelung des ZDF, 2020 Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anja hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Käpt'n Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen und bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer, irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab ne Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit acht Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mach ich das nicht. Du hast Eier aus Stahl, Bobby Bram. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Du Dreckschwein. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand gewastet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Ja, die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingehebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt. Echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Leskovich. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blazkowich. Wir gehen auf der Spitze des Flughauses und fahren von Zetna in Stellung. Wir müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Wir gehen auf der Spitze des Flughauses. Dann kommen wir anschauen. بي Ich habe hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Das 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 ist langer Weg nach oben. Das ist langer Weg nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Was ist das? Ja, 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 ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da müsste eine Luke in der Wand sein. Der Zugangstunnel zum Fahrstuhlschacht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Die Fahrstühle sind durch die Explosion nicht beschädigt worden. Die Fahrstühle sind durch die Begriffe. Halt, Halt! Es sind vier Stück. Und was zur Hölle war das? Klingt, als wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Ich schieße die Vorstuhlbremsen ab. Was soll das schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Ich schieße die Vorstuhlbremse. Ich schieße die Vorstuhlbremse ab. Was soll das schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Was denn, William? Uralte Artefakte. Alles hochtechnologisch. Pergament. Sieht nach einer alten Schrift aus. Das Regime scheint das Zeug rekonstruieren zu wollen. Gibt es Hinweise, woher das stand? Hm. Dad Yishud. Dog Able Apostrophe. Able Tear Leerzeichen. Yoke Item Charlie How Onkel Dog. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anja. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dad Yishud. Wird gemacht. William, seid vorsichtig. Sie gefällt mir, Blazkowicz. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dad Yishud-Zeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht. Bösungsroger, der Schad. Bösungsprogramm erfolgreich. Da muss es doch reingehen. Bösungsroger, der Schad. Eine noch. Okay. Und los geht's. Wirdungsprogramm geschadet. Wirdungsprogramm erfolgreich. Bösungsroger, der Schad. Bösungsroger, der Schad. Bösungsroger, der Schad. Das ist ein kleiner Rohrschacht hinter der Surtwand. Vielleicht findest du irgendwo am Boden einen Zugang. Der Raum, in dem du gerade bist, wurde auf dem Plan unkenntlich gemacht. Die Tür ist explosionssicher. Du musst einen anderen Weg hinaus finden. Etwa zwei Etagen über dir gibt es einen direkten Zugang zum Hangar. Du bist ganz nah dran. Im Hangar stehen die Prototypen der Projektflüsterton-Ubschrauber. Glockenzeuge Das war's. 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 Yeah. Und... Und... ... 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 Er wird dem Regime nie verzeihen. Vielleicht sollte ich noch Max hin, was ihm gut geht. Das Spielzeug hat dich gefunden. Warum kommen Sie so wahr? Ihr Klimaschaffen seid ihr kühlen Garten. Ihr Dagegen verferde ich dümmer. Das Spielzeug, alles was ich hatte, war ein Tarnzöpfen und eine Streichholzschachtel. Du gehörst Max. Ich bring dich nach Hause. Was sah denn? Was ist das? Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Amerikanischer Trottel. Amin. Oh. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Was ist denn das, Max? Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Kaugummi? Ist gut. Kirsche? Nein, aber danke. Sehen Sie hier. Der Name ist Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schut auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schut. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann. Vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrufen. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowitsch? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Bete! Raus! Bewegung! Sauberhande! Schneller! Schneller! Bitte! Bitte, gute Frau! Sie liegt im Sterben! Das ist nicht. Was ist denn? ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017